So, dann müssten wir wahrscheinlich erstmal wieder zum, zum Tor zurück. Wo wir quasi überlegen konnten, wo wir nach links oder rechts holten. After a while she could see the faces everywhere, in the trees, the mountains, caves. Okay, ist das hier so beeindruckend irgendwie? Denkt man tatsächlich, oh, ist jetzt hier irgendwas? Können wir irgendwas machen? Auch so dieser Vorwurf in deinem Wort, Herr Junge. Szene! Szene! Schön, 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 schön. Mother? Okay, krass. Wenn es wohlwollende Geister sind, dann geht's. Wie war's nochmal? Ist das jetzt ihre leibliche Mutter oder ist das jetzt ihre spirituelle Mutter irgendwie? Okay, wahrscheinlich wirklich ihre leibliche Mutter, ne? So, ich bin der Meinung, da vorne ging es denn quasi zum Portal, wo die Wehklabung war. Sorry, ich arbeite an meinem Ton. Schön, schön. Hm. So, ist aber auch wirklich ganz schönes Backtracking jetzt hier gerade. Aber wir müssen anscheinend wirklich halt zu dem Punkt wieder zurück. Mal ganz kurz, das Mikro ein bisschen weiter weg. Ist so laut heute hier. Puff, und plötzlich wird's nachts. Ist ja fürchterlich. Ich glaube, das sieht nach Kampf aus. Ich glaube, das sieht nach Kampf aus. Ja. Oh. Boah. Boah. Oh. Na, ist ein Scher. Na. Muss man tatsächlich mal ein bisschen... Ah, okay. Alles klar. Oh, na, ein bisschen. Oh, Schild, Alter. Don't see. Okay, muss man halt zu oben. Ein bisschen in Sicherheit hier. So. Sie kann auf jeden Fall... ... die Schläge von Flügel nicht blocken. Oh, fuck. Das ist nicht gut. Na los, komm hoch. Oh, und noch eine... Ah, schade. Hm. Und die Dunkelheit wechseln und... Ja, wah, hä? Jetzt schlimmer ist, ich weiß tatsächlich nicht, wie oft wir sterben dürfen. Und wie, bevor mir uns jetzt hier der Permadeath droht. So, Steuerung ist tatsächlich für mich noch gerade noch ein bisschen... Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen eingerufen, Leute. Sorry for that. Das ist immer noch woanders rein, Alter. Drück doch mal. Das Schlimme ist, sie geht auch nicht auf ihn rum. Ach, Kinder, das gibt es doch nicht. Los, komm hoch. Sie ist verletzt. Sie wird es nicht machen. Sie sind verletzt. Sie sind verletzt. Tatsächlich kämpft sie, also sie bewegt sich halt sehr träger und wenn du jetzt, du kannst nicht spontan schnell blocken. Das ist so ein bisschen das Problem an der Sache. So, ich hoffe natürlich, dass ich halt innerhalb der Kämpfe nochmal ein bisschen besser werde, irgendwie, weil ansonsten, huuuh, sick schwarz. Oh Mann. Äh, sieht auch schon wie eine Konfrontation gleich aus. Ah, okay, alles klar. Ja, wunderbar. Schön. Dann wird meine Kat, ne? Sie ist halt sehr träge im Ausreichen. Los. Das darf ja nicht wahr sein. Sie blockt nicht. Sie blockt nicht. Ja, so. Wir können das Buch schwarzer Nebel empfehlen. Ah, 13. Krieger. Geile Dinge. Hä? Achso. So, normalerweise sind ja tatsächlich die mit dem, ähm, oh, hier ist noch Mutter. Können wir noch mal Mutter kurz mal anrufen? Ich habe jetzt schon gesehen gerade. Semua. Wir gehen alle diese Lande, gazing nach verschiedenen Horizons. Einige von uns weiter als andere. Dein Vater kann nicht sehen, was du sehen. Aber es ist nichts falsch, dass man den Welt sehen, so wie du. Ja, okay. Ja, die Grafik ist halt auf jeden Fall mega cool. Definitiv. Ich bin auch der Meinung, dass wir kämpfen das letzte Mal nicht so beschissen. Also ich weiß nicht, was hier los ist. Ah ja. So. So. Oh, die sind natürlich echt heftig, weil die kannst du nicht blocken. Die Jungs. Die Dicken. Das Gute ist, wir laden anscheinend irgendwie die ganze Zeit halt irgendwie so eine Art Symbol auf. Steffi wie beliefen im Ohr. Dankeschön. Womit wir tatsächlich halt so eine Zeitlückenkampf machen. Die Frage ist halt nur, wie, durch was laden wir es auch wahrscheinlich durch Schläge und Feine oder durch das Töten erfahren. Ja, das habe ich jetzt noch nicht so tatsächlich in der Hitze des Gefechts gesehen. So, hier müssen wir wieder zwei Runen finden. Ja, verbrennen ist wirklich nicht geil irgendwie. Der sieht schon mal gut aus. Den haben wir. Ja. So, jetzt brauchen wir noch diese Rune. Äh, hier oben. Okay. So können wir die Bomben dazwischen? Nee. Das ist Quatsch. Ah. Yeah! Nice, humble. The path to hellhine is sealed to the living. But you already walk amongst the dead. Look towards the gate and you will see it has opened. Na, super. Okay. Okay, wir können es jetzt erstmal nicht öffnen. Doch, wir können es aber. Ooh. Ooh. Oh, when they first came to my lands, I knew enough of their tongue to beg for mercy. And they took me as a slave. I wish now that they had slaughtered me like the others. I roamed their storm of fire, death, slavery, many lands. This darkness you speak of? Oh, 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 oh. I know it well. And I'm still here to fight it. Ja, man darf ja nicht vergessen, ne? Das ist halt, äh, die Wikinger waren ja halt auch relativ barbarisch, ne? Irgendwie, während ihrer Streifzüge. Und, ja, da ist, wünscht man sich wahrscheinlich irgendwie, wenn man in die Sklaverei kommt, irgendwie, dass man dann doch eher wahrscheinlich lieber mit seinen Lieben gestorben wäre. Gott, das ist echt. Oh, je. Hm, it smells like a fight. Ja, süß. Alter, Alter. Oh, Nazi. Wow, was war das jetzt gerade? Was hat der uns gerade? Nice. Es ist doch nicht wahr, Alter. Los. Zack. Oh, Mann. Die kommen, stellen wir jetzt so übel. Komm, los, hoch. Die kommen so aus der Kalten manchmal. Oh, natürlich noch einer von denen. Natürlich. Oh, zwei. Ich glaube, ich spinne. Ist doch nicht wahr, oder was? Das ist doch nicht wahr, oder was? Alter. Also, das muss vor denen schon. So, erstmal neben dem Schild. Auf jeden Fall. Zack. Fuck! Stirb! Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das läuft. Die Nummer. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte... Nee, ist halt rot. Und das Schlimme ist, ich sollte echt schnell mal besser werden. Irgendwie wäre ansonsten irgendwie... Ist sonst vorbei, das Spiel. Eine neue Kette hier vorne, zwei Feuerschalen. So ist nicht. Also... Die würden doch fetzen, oder? Und ich... Äh... Okay. Schauen wir, ob wir irgendwas anderes finden. Ah, das sieht so krass aus, das Spiel. Oh, was haben wir da vorne? Ach, hei. Ah, okay. Hier ist ein Symbol. Und? Wie? Fokussieren? Achso, alles klar. Wir müssen noch näher ran. Bei uns. Was hast du denn immer alles an mit seinem Uja? Oh, krass. Und ich schreie noch dazu. Krass inszeniert. Der Wolf ist doch echt krass. Ihr macht Fennig. Der ist doch wirklich krass. War der nicht Vyraven, der mit den Illusionen? Wollen wir erstmal kurz hier mal hingehen. Oh, hier ist noch ein Schrein. Runenschrein, den schauen wir uns an. Und bevor die Erde war, da war ein Welt der Muspel. Weil es in der Süden war, es war heiß und heiß, und heiß, und heiß, und heiß, und heiß. Sparks, die aus der Muspel kamen, wurden die Stars. Other sparks, die Eis in den Wurzeln der Niflheimen geblendet haben, die die Körper der ersten Giant, Eemir. Muspel ist einer der neigen Welt, und ist jetzt die Land der Fire-Giants. Okay, hier ist... Müssen wir tatsächlich hier lang? Geht's gar nicht über die Brücke? Noch ein Tor. Das ist so heftig mit den Stimmen, ey. Krass gemacht. Das ist einfach richtig krass gemacht. Oh, hier, 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 hier. Licht ein Fall. Also klar, kann jetzt nicht mit Cleaning Redville mithalten, mit Spiel, grafisch gesehen. Ne, muss man ganz ehrlich an der Stelle sagen. Aber es ist bemüht. Es ist ambitioniert. Okay, hier müssen wir nochmal rüber. Ganz geil. Alle nur verbrannt, irgendwie. Für Gott. Für einen Gott. So, okay. Setzt auf jeden Fall auch richtig gut, und das stresst tatsächlich irgendwie diese Szenerie. Kannst du weit verspunnen? Okay, warum ist der Tor immer noch... Warum sieht der immer noch so aus? Alter, ist das laut. Das ist so laut. Oh, schade. Los, durch. Komm, komm, Simuja, schnell. Schnell. Leute, sagt mal was. Das ist doch wirklich heftig, ey. Mann. So, hier müssen wir uns noch durchknuspern. Oh je. Das schmeckt nach Feind. Schmeckt nach Kampf. Oh, doch nicht. Okay. Ein paar Rühnchen müssen wir finden. Ah, guck mal, hier ist die Schmiede. Hmm. 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 Okay. So, okay. Gut. So. Hmm. The Northmen of Hell worshipped the Devourers. Insatiable gods of darkness. I come from Eren, Senua. Where I once followed my own gods, the Toaha de Danan. Why did you abandon your gods? Das ist fies, ey. Das sieht alles irgendwie so nah aus, als könntest du da aus irgendwelche Buchstabenformen. Oder Runen. Das ist fies. Okay, kann man hier erst nicht irgendwie... Warte mal. Also er zeigt mir hier schon jetzt das R an. Also es wird kein R sein, aber... Weißt also... Was, wo? Ah! Ach, geht mal hier unten. Die Glut. Krass. Alter, man muss ja richtig puzzeln hier. Mann! So, okay. Können wir hier runterspringen? Ja, können wir. Oh, mir fehlt... Ich glaube, es ist ja Glut hier. So, okay. Wo finden wir... diese Rune? Den Bäumen vielleicht. Die Perspektive ist halt auch mal sehr entscheidend, ne? Irgendwie, du kannst jetzt halt irgendwo stehen... Und... Sie wird sich dir nicht offenbaren, irgendwie. Ja, wie du guckst. Hm. Was hier vielleicht? Nein. Wolltet ihr mit diesen ihr kreuzten Bäumen? Das sieht schon sehr vielversprechend aus. Ich würde es mal von der anderen Seite mir mal kurz angucken. Tatsächlich werden die... Kann das sein, dass die... Dass die Runen rot aufleuchten, wenn man irgendwie in der Nähe ist? Also, es wirkte gerade so. Ich laufe noch mal kurz zurück. Hm, Adelauge, du. Ja, das ist ein purer Zufall. Ah, ich glaube... Das ist immer ein kleiner Indikator hier irgendwie. Ah, das sieht so krass aus, ey. Ich kann mich an dieser Grafik gar nicht satt sehen. So, hilft mir aber nicht weiter, weil wir finden, dass die M-Rune nicht. Nicht, dass hier oben zum Blatt danach geformt ist. So, das muss doch hier nicht irgendwie. Da ist er. Alles klar. Okay. Wirklich. No, open the cage. Ah, hat überall verbrannte Leichen, ey. Es ist doch... Mann, 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 Leute. Na, und? Willst du nicht? So, jetzt. Ah. Okay. Run, girl, run. Okay, 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 okay. Durchs Haus? Ach, du scheiße. Ach, du scheiße. Okay. Hurry, hurry up. Oh Gott. Krass, auch umgekehrt in den. Ja, na klar. Ach, du scheiße. Na los. Kommt immer. Ich kann nicht runnen, ich kann nicht rennen. Ja, ich bin doch schon bei. Mach doch schon. Oh, fuck. Quack, 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 quack. Nein. Zack. Okay, that's it, that's it. Uh, 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 uh. Purer Zufall mit dem Ball. Nein, Mann. Purer Zufall. Oh Gott. Oh Gott, los, durch, durch, durch. Oh Gott. Oh Gott. Was ist so wahnsinnig? Mann. Let it collapse. And have the courage to shed your tears. Raise your word to a cry. My love is dead. Only then, as with a newborn, will you see the world in you. No, they see nothing now. Oh Mann. Also, wirklich, also, dieser Lichteinfall. Der kann mich ja nicht satt sehen. Das sieht so krass aus. Ist für euch das wahrscheinlich so ein total alter Hut. Wird schon tausend mal sehen. Kein Problem. Habt schon bei der letzten, bei meiner letzten Grafikkarte war es schon so. Aber für mich ist das tatsächlich grafisches Neuland. Grafisches Neuland. I don't like it. What? Na, noch ein Brötchen im Korb? Nee. Okay. Alles klar. Ein schönes Windspiel. Oh. Oh, okay. Drei Runen müssen wir finden nachher eh. Muss ich... Ah, ich muss tatsächlich runter. Und überall sind die Toten. Nee, das sieht schon nicht super aus. Ich genieße auch gerade mit Kopfhörern einfach nur die Stimmung. Ist auch wirklich... Leute, spielt's mit Kopfhörern. Das ist wirklich krass. Diese... Ähm... Einfach diese... Mit den Stimmen, diese... Wie die die verarbeitet haben, ist das einfach Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn. Fanboy. Okay. Sag mir die Wahrheit. Wie hast du deine Erdnheit? Ich sagte, du... Als ich mein Ziel finde... I was no longer enslaved to the suffering I had to endure to reach it. Unclouded by fear. Ich konnte es nicht mehr hoch. Oh, okay. Oh, okay. Ich nehme schon mal. Wahrscheinlich muss ich da hoch, ne? Okay, hier ist anscheinend diese... Rune wahrscheinlich zu finden. Aber wo? Wo könnte sie sein? Wie schnackig. Habt ihr sie schon irgendwo gesehen? Wenn ihr... Schreibt's ruhig mal. Okay, also sie muss irgendwo hier sein. Weil uns wird auch nur hier diese Rune angezeigt. Oder? Ja. Also hier muss er irgendwo sein. Die Frage ist nur, wo. Bin grad blind. Ja, man sieht halt tatsächlich den Wald vor Bäumen nicht, ne? Hier irgendwie mit dem Stab zusammen hier. Aber das... Weiß ich nicht. Oh, warte mal. Das hat sich gerade wirklich drastisch verdunkelt, das Bild. Hä? Hä? Boah, bin ich jetzt einfach nur doof, oder? Was ist gerade drin? Was ist das? Was ist's? Was ist das? Das ist das für mich gerade. Ich hab das jetzt cool. Wo ist das? Untertitelung des ZDF, 2020